Herzlich Willkommen zum Herzen, folgt auf der Karte Evolaturing 2.0. Ich habe jetzt vor, unser System schon noch nichts zu verkaufen. Ich habe das neue Paket genommen. Das heißt, es gibt nicht mehr Einzel- und mehr verbotenen Paket. Und das erfordert mir, dass ich das alte jetzt nicht verkaufen würde. Das mache ich jetzt symbolisch, weil ich habe schon verkauft und mir aufgekauft. Neue. Und dann stelle ich das gleich um auf unsere Fläche, da wo die ganzen Halten stehen. Und da habe ich erst mal uns immer Stroh und Silber für gekauft und Heu. Das hat das richtige Verhältnis. Und das fahren wir mal zum Hof. Und dann werden wir das gleich wieder durchführen. Dann werden wir in der Mischfutterfabrik gleich anfangen kann zu produzieren. Und die Tiere brauchen Futter, die brauchen Wasser. Ja, dann können wir mal Öl ziehen. Ich wünsche allen einen schönen überlegen. Samstag? Obwohl... Ne, ich tippe nicht an. Ne, ne, ne. Die Form kommen wir in der anderen Reihenfolge jetzt. Beziehungsweise ich nehme die anderen Reihenfolge auf. Das ist nicht Samstag, das wird, äh... meiner Reaktion, Donnerstag. Also, schönen Donnerstag. Kann man natürlich jetzt auch nicht. Ich habe in der letzten Woche nicht so viele Folgen aufgenommen. Und muss jetzt, äh, vier weitere Folgen dazu aufnehmen, damit es am Ende passt. Wir haben jetzt früher Sommer. Ich weiß nicht, ob wir heute... Na, heute bestimmt nicht oder morgen die Ernte beginnen können. Glaube ich noch nicht ganz dran. Äh, aber... Mal schauen. Vielleicht kann das doch schon passieren und reif ist. Und nun von oben weg. Aber ich denke mal eher überbauen. Also in der Folge... Reihen zu Ende gehen. Dann mal kurz die Geschwindigkeit auf... 5 einstellen. Eher nach Fahrtabendem Risiko. Jetzt ruckeln wir ein bisschen hier. Na ja, gut. Anfangen schon normal. Weil die Karte sich wieder lahmen muss. In Traderkirch. Aber dann ruckeln wir halt auf. Da läuft noch die Nase rum. Das passt. So. Angekommen. So. Jetzt kurzer Plan. Ja, falls man irgendwo einen Advent hat... Alles Guter dazu, ne? Wenn ich hier gerade den Tag vertausche. So. Aber dann ist ja nicht so weit. Also... Der erste war ja schon. Bei mir ist er heute. So. Das würde ich verkaufen. Das ist auch komplett leer. Wie gesagt. Das selbe. Ja. Fehlerwichtigung ist dabei, ne? Ab und zu mal. Ab und zu mal werden wir uns verbessert oder Fehler beseitigt, wenn welche vorhanden sind. Und da muss ich das aktuelle Paket immer nehmen. Und da es jetzt auch anders angeboten wird. In der Reihenfolge. Das ist für mich besser. Ja, hier muss man aktuell, ne? So. Wird verkauft. Ich werde es hier nicht wieder aufteilen. Ich will das ganze zentral halten am Hof. Jetzt bauen wir das durch. Ja. Das sind die Kühe. Da ist noch keine Kälber da. Geduld haben. So. Hier müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Wir haben ein bisschen viel weggemacht. Jedenfalls wollte ich hier irgendwo nicht aufstellen. So. Entweder hier in der Ecke. Oder. Da wollte ich das Sido hinstellen. Weil das aktuelle Sido kann ich nicht nutzen. Müsste ich irgendwas umbasteln. In der Zift geben. Also das möchte ich jetzt nicht probieren. Kennen wir nicht so aus. Position. Das finden wir alles. Ein Kopernimod. Kannst du auch als Reparat finden. So. Auf den Spritter. Wir müssen immer rauf fahren können und runter rauf fahren. Also abholen müssen wir können. Und wir müssen das dann entsprechend auch. Ja. Beliefern können. In Zukunft. Das heißt es wäre ungünstig. Nachholen können wir es ja im Prinzip ja auch. Ähm. Ähm. Da bin ich nicht zu tragen. Da können wir das Futter wohl schon ran fahren. Und so wie wir liefern können wir von hier ganz gut. Jetzt machen wir alle wieder weg. Jetzt machen wir das können wir gut so machen. Jetzt sollte er passen. Später. Später. Muss auch Geld dafür haben. Kommt dann noch. Ähm. Ein Lager hinzu. Noch ein Silo. Also ein Silo. Da haben wir ja verschiedene. Große zum Beispiel. Das kann man nicht zeigen. Okay. Und das Geld fehlt. Aber so ein Silo muss hinten eigentlich was her. Also. Das sollte eigentlich. In diesem Bereich. Äh. Stehen. Zu hoch kommt eine Halle weg. Das ist genau das gleiche. Äh. Entsprechend. Durchfahren. Beladen können. So. Jetzt holen wir einen Lkw. Und holen wir unseren Stroh. Und. Gelage. Und Heu. Mit Heupotionen muss ich mir noch was überlegen. Aktuell. Ähm. Ist das jetzt ein dürftig. Die haben schon wieder Mist gemacht hier. Muss nicht gereinigt werden. Halt. Da. 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 Da steht er. Mit. Und. Und hier ist die Pläne. Müssen wir hier. Wir können auch hier entsprechend. Das lagern. Stroh. Und Heu. Und diese. Halle rechts. Da rüber. Da drüben. Aber ich ziehe hier diese anderen Gebäude vor. So, da sind wir schon mal da. Das ist immer günstiger, man planiert vor ein. Da hat man keine Schwierigkeiten. Das ist so wie ich am Anfang oben auf der anderen Stelle, wo das Gelände schräge war. Und dann hat es nicht gepasst. Die Hinten hier angleichen ist immer schwieriger als vorher. Vorher ist auch schwieriger. So, das dürfte genug da sein. Dann schieben wir noch rein. Der ist ziemlich lang, wenn wir noch nicht rein kriegen. Ich stelle mir hier mal ab. Erstmal. Bis ich einen Platz gefunden habe. Sag mal so. So, jetzt können wir gleich gucken, ob wir hier schon produziert. Ob wir jetzt voll haben und so. Ob wir auch drinnen haben. Die Produktion läuft. Mit R können wir reinschauen. Aber wir sind vor weit noch nicht voll. Es ist aktiv an. Und. Weil mehr kaufen, wenn wir Blödsinn. So gut Tiere haben wir noch nicht. Die können hier jetzt wieder 1.000 bekommen. So. Ich denke mal, wir haben noch was drin. Und dann. Futter versparen. Das haben wir noch einen Tieren geben gern. Auf. 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 Hab ich drin gehabt. Leer. Der andere. Tag Kuh. Mach Platz. So. Der hat noch. Gut drinne. Gut. Dann gehen wir mal Futter geben. Können wir ruhig voll machen hier die Jungs. Dann werden wir gleich das Tor aufmachen. Das sind unsere Mastbullen. Ja. Nicht wundern. Ist so. Die haben keine andere Tiere zur Verfügung gehabt. Da er diesen nur Kühe vorgesehen hat. So. Da denn. Außenansicht. Oh. So. Tja. Was heißt das? Hier müssen wir Geld verdienen. Holz. Leider geht es nur Holz. Ja. Magda El. keine ernte zu erwarten also nicht heute, da kaufen wir aber auch nichts wir brauchen eine Halle so das sieht ich kauft noch gar nicht, machen wir ein paar sauberen hier aber mit EZ-Lase, der kommt da her, sonst... ok im Schlumpen ist, wer weiß, was hier Futter ist ob der dann im Schlumpen dann hätten wir keine Futter mehr so gut die Tiere nehmen auch die Dase im Rollen so ist das nicht aber besser ist ein Schlumpen meine noch wichtigere Frage ist, dass hier noch keine Milch geben aber wenn sie mal Milch geben, irgt ganz gut dass die dann optimales Verletzungen sind dann müssen wir so einen Boden mal hier unten rein nehmen, da können wir sagen, da und dahin so jetzt kommen wir auf Wasser hier naja, immer gut ich bin heute sehr sportlich ich müsste mal hier versuchen aber das ist das Risiko ich würde es hier graf weg zu bekommen vom Druck und von der gut wir speichern mal ab dann ist es äh ganz kurz gesichert man könnte das Spiel beenden, ohne dass man äh ah, jetzt habe ich beenden gemacht oh, oh ich beende mal die Folge, ich seh mal tschüss, bis gleich nachher, tschüss tschüss